Ich habe ein Ei geworfen drüben an den Zaun und da kam ein Küken raus. Wollte schon sagen, oh wie geil, aber das Küken ist quasi in dem Zaun gespawnt und ist auch gleich wieder gestorben. Das sind so die kleineren Bugs, kleinere Kollisions-Spawn-Bugs, die gehören dazu. Ich komme mal zu euch hoch, hier unten ist mir zu unsicher. Ich weiß gar nicht, haben wir den Server eigentlich auf hart gestellt oder auf normal? Aber wenn der auf hart gestellt ist, dann können die auch, glaube ich, die Treppen hoch und so. Was macht ihr denn hier? Das ist aber nicht mehr natürlich, das Baumhaus mit Glas und so. Ach, wird alles überbewertet. Ach. Genau. Das sieht aber auch mal wie ein Kacke aussieht mit dem Wasser und so neben dem Ding. Ja, hier steht mal doch cool, aber das da ist ja irgendwie vollkommen Schande hier. Na. Gell? Ja, aber das wäre ja so... Hm, ich weiß nicht. Ja, dann müssen wir hier auch so einen Eingang machen. Ja. Ich glaube, das... Wir müssen dann auch so ein kleines... ...Podeck machen. Aber sonst kommt man hier nicht mehr rein. Hm. Hm. Was ist alles kaputt? Boah, ist ja mal fett. Aber ich. Kein Holz mehr. Oh cool, dann bauen wir fertig. Ich schmeiß sie. Achtung, es fällt runter. Du hast die Lari eigentlich nur hingeworfen, aber die Lari ist ja weggelaufen. Naja. Ich hol's mir. Todesmutig. Doch. Ne, es ist doch gerade nicht runtergefallen. Eins runtergefallen. Doch von liegen geblieben. Och, ein einziges. Was für ein großes Drama. Was war das eben? In meiner Überwachung. Irgendwas mit Audio habe ich eben zufällig mal hier schwer den Rechner auslasten sehen. Da muss ich mich doch mal an die Sache Audio rantrauen und muss mal gucken woran das liegt. Also ich glaub ich müsste ja jetzt mal langsam rausgehen. Dann können wir ja alle rausgehen, oder? Wie? Out of Minecraft oder was? Ich? Ja. Und wir können ja bei uns weiter machen. Tschüss. Also ich geh jetzt. Tschüss. Dann porten wir uns mal rüber ins Home, oder was? User disconnected from your channel. Kann man machen, ja. Aber warte mal, dann lass ich mal alles hier, was hier bleiben soll, damit ich hier nichts Dschungelmäßiges hier hab. Bei mir. Das Dschungel hat's nicht. Das wär ja ein Ding, wenn das irgendwas mit Sound zu tun hat. Das wär ja crazy, weil das hatte ich ja vor ewig Zeiten schon mal. Würde mich nicht wundern. Audio Treiberprobleme sind oft ein Problem. Okay. So, was hast du da eigentlich an? Achso, das kenn ich schon. Achso, ich kenn's nicht auch noch. Mach mal Slash Home. Geh mal. Aber ich glaub, das geht mit dem Bett, oder? Ich hab noch nie keinen Punkt gesetzt. Ja, geht ich anders auf dem Bett. Ich mach mal hier ein Set Home. Ach, ich hätt ja eigentlich ein Set Lari machen können. Scheiße. Äh, Set Lari. Set Wop. Und dann Lari. Guck mal, der Weizen ist alles fertig bis auf 2. Meine Fresse. Achso, ich wollt ja vielleicht hier hingehen und hier unten das wegmachen. Diese riesen Weizenplantage. Die läuft noch. Hast du die Aufnahme gestoppt, oder? Es läuft nicht. Mit der ultralange Aufnahme kann ich wieder konvertieren wie ein Berserker. Weil hier oben sind ja nochmal zwei riesige... Na, riesig ist nicht, aber... Ja doch, das hier ist schon recht groß. Das könnten wir ja mal quasi erweitern. Ich hol jetzt mal Holz und mach mal in die Häuser überall Holzböden rein. Gut. Lärm wir die Häuser auf oder wir können dieses Haus dann verschönern. Äh, äh, ne, gerade sparen. Ich weiß jetzt noch nicht. Ich glaub hier oben das Weizenfeld reiht sich mal komplett ab. So, jetzt hab ich dir Lari meinen zweiten Eimer gegeben. Äh, ich hab einen in der... Nö, der geht schon. Ein Eimer ist hier in der... Ich wollte nur nochmal so ein zweites Eimerchen hier machen. Okay, das reiß ich jetzt ab, das Weizending, wo du grad daneben stehst. Ja, also jetzt ist eine Etage tiefer sozusagen, dass das mit dem anderen bündig ist, beziehungsweise sich erweitert das andere. Das ist nur ein bisschen doof, weil... Wir sitzen so blöde versetzt, dass ich einfach den Garten von dem einen wieder wegmachen muss. Oder zumindest, ähm, mal sehen. Ach, wird alles weggeschreddert hier. Oh ne, das war zu weit. Ähm, packen Wasser hin, das ist Erde, Wasser, Wasser und Flupp. Oh, ruckel die, ruckel die, ruckel. Ich weiß nicht, ich hab nix mit Audio zu tun. Gibt's auch gar nicht. Gibt's auch gar nicht. Hol mal, Custom driveway! Hm. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich finde dich denn raus, warum mein Rechner ruckelt, Schatz. Sagt da auch mal was dazu. Gibt's ja wohl nicht. Ich hab den ganzen Tag mit Computern zu tun, beschäftige mich mit dem Scheiß. Und, was ist? Das eigene Ruckeln finde ich nicht. Geil. Das gefällt mir gut an der Sache. Liegt wohl daran, dass ich einfach keinen Nerf hab, da mal in Ruhe nachzugucken. Ja, es hängt, der Rechner ruckelt ja sonst nicht. Also es hängt schon irgendwie mit Fraps und so zusammen, aber das kann ja alles, trotzdem alles sein, weil Fraps uns ja auch alle Möglichkeiten sozusagen. Oder einfach die Kombination. Ne, das ist ja auch bei Dings. Das ist ja auch bei Mass Effect. Da tritt das Problem ja auch auf. Also das ist, sobald ich aufnehme, das hängt also schon definitiv mit Fraps zusammen, aber was ist das Problem? Fraps selber oder, was weiß ich, der Audio-Teil oder, oder, oder halt, ja. Das ist jetzt wieder so, viel Spaß beim Suchen halt, ja. This is not funny. Schon wieder. Fraps hat interessanterweise auch zwei Datenträgersachen gelaufen, immer das raffe ich auch überhaupt nicht. Naja, was soll ich sagen? Oder ich muss morgen nochmal in völliger entspannter Ruhe googeln, wie blöde nach dem Mist. Aber das habe ich schon mal angefangen, da suchst du dich auch tot. Da kommen dir die Leute mit allen Scheißproblemen. Ja, ja, hat alles damit dann gar nichts zu tun und so. Was anlösungen oder was? Die haben ganz andere Probleme. Geizig finde ich immer, die, die das Programm gar nicht original haben und dann meckern, weil das und das nicht geht. Und andere sagen, ja, dann kaufst du halt, ja. Ist auch immer cool. Ich habe das ja schon vor ewig Zeiten gekauft. Es gibt ja auch andere Aufnahmeprogramme, aber die funktionieren offensichtlich bei Spielen alle nicht so gut wie Fraps. Das ist so das Ding überhaupt, ja. Weil andere machen dann wohl Probleme, dass sie dann keinen Ton aufnehmen aus dem Spiel und sowas, ne. So, Feld vergrößert. Jetzt könnten wir theoretisch hier diesen Riesenhügel mal abtragen. Ich bin noch draußen, ich bin noch am Holzboden. Ich bin noch dran, ich bin noch dran, ich bin noch dran.